Wundkriterien Wundschmerz Wundschmerz Wundgröße Wundumgebung Wundtiefe Zustand der Wundoberfläche Wundrand Wundrand Exudatmenge Wundheilungsphase Exudatgeruch Wundart 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 Fahrer ekomberflaster Wundar Eine Schnittwunde Eine Bisswunde Eine Bisswunde Eine Stichwunde Eine Verbrennung Ein Diabetisches Fußsyndrom Ein Diabetisches Fußsyndrom Ein Ulcus choris Ein Ulcus choris Ein Dekubitus Ein Dekubitus Quetschwunden Quetschwunden Eine Nekotische Wunde Eine Nekotische Wunde Eine Nekotische Wunde Eine Nekotische Wunde Wundgrund 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 Granulationsgewebe Granulationsgewebe Fibrinbelag 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 Nekrose Nekrose Knochen Epithelgewebe Fettgewebe Fettgewebe Muskeln, Faszien und Sehnen Wundrand Intakt Maseriert Nekrotisch Zerklüftet Entzündungszeichen Entzündungszeichen Gerötet Gerötet Geschwollen 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 Überwärmt Überwärmt Schmerzhaft 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 Wundpflegemittel Wundpflegemittel Der Verband Der Verband Das Pflaster Das Pflaster Das Pflaster Schmerzhaft Spannender Schmerzhaft 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 die Salbe, die Mullbinde, die Pinzette, die Nierenschale oder die Abwurfschale, der Tupfer, die Spritze, die Spritze, die Spritze, Untertitelung. BR 2018